Welcome back, ihr krassen Dudes und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, äh, nicht Formel 1, sondern Dirt Rally 2.0. Leute, heute, die letzten drei Etappen in Australien, ähm, wir können nochmal kurz reingucken, 12 Kilometer, dann nur noch eine kurze Ausrufstage, obwohl, Ausruhen ist hier eigentlich nicht, 5 Kilometer und danach wieder 12 Kilometer. Ja, das wird, äh, heute eine sehr, sehr kräftezehrende Folge, aber das Tolle ist, wir können jetzt erstmal gleich reparieren und ich glaube, wir müssen unser Auto auch so weit repariert kriegen, dass es wieder auf, wie ein Erstwagen aussieht und die Strecke mit diesen krassen Sprüngen, wo wir, also immer, fast schon immer zu weit gesprungen sind und diesen Todesgatter am Anfang, was ich fast komplett mitgenommen habe, was ich eigentlich immer fast komplett mitnehme. Die Strecke haben wir wieder, nur jetzt halt, äh, ja, zurück. Anscheinend haben wir, haben wir wieder was vergessen, wir müssen vom Zielbereich wieder zurück zum Start fahren. Lichter ersetzen wir mal auch mal sicherheitshalber. Das war schon, nur drei, nur drei Dinge? Holy shit. Ja Mensch, Leute. Geht's ja instant los. Kein Rum-Experimentiererei, so, was wird, was wir operieren können, und was mehr und was weniger? Ne? Zwei rechts, viel Glück. Gut, Auspuff haben wir nicht ersetzen können, aber, Leute, was? Auspuff, come on. Hier ist ein Rennwagen, der kann ruhig ein bisschen lauter sein. Ne, Tanja? 5, 4, 3, 2, 1, los. 50, 6, links, 30, rechtsabzweig. In 3 links lang, macht auf über Kuppe. In 5 rechts lang, macht zu 2 über Kuppe. In 4 links. In 5 rechts. In 4 links. Don't cut. In 3 links, macht zu. Ich hab schon wieder innerlich einen kleinen Hut ausbruch, weil ich dachte, jawohl, der Zaun gibt nach. Aber ne, alles in Ordnung. Mach zu, auf Asphalt. 5 links lang. Oh Gott. So, Qualitätscontent ab jetzt. 60, Schotter, voll mittig übersprungen, 80, Gatter, und 3 rechts. In 3 links lang, macht zu, 30. Kuppe und Sprung durch Tor, eng. In 4 rechts lang, macht auf, 80. Ich wollte den Spruch hier nicht angehen, weil ja doch ein bisschen sehr wenig Platz ist bis zur nächsten Kurve. 6 rechts, 80, 6 rechts, über Kuppe lang, macht zu. In 5 links lang, macht zu, über Kuppe. In 5 rechts, über Kuppe. In 6 links, lang. In Achtung, 5 rechts, über Kuppe. In Don't cut. 2 links, macht zu, eng. In 6 rechts. In 2 links, macht zu. In 3 rechts, eng, lang. 30, 5 links. Oh nein, 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 nein. Warum macht man heck komische Dinge? 30, voll mittig, übersprungen. 30, 4 rechts lang, macht auf. In 6 links, macht auf, über Kuppe. Achtung, 30, 1 links, macht zu. Don't cut. In 6 rechts, über Kuppe. In 3 links. In 5 rechts, über Kuppe. Macht zu, 3. In 5 links. 30, Kuppe. In 4 links, lang. In 4 rechts, lang. Macht auf, über Kreuzung, gerade. In 4 links, macht zu, über Kuppe. In 5 rechts. 6 links, 30, 6 links. Der Auto will irgendwie heute nicht so gut um die Kurven. In 6 rechts, 30, in mittig halten, über Kuppe. Ja, auf den Sprung. In 3 rechts, macht zu, über Kuppe. Kein Lust, dann irgendwie zu weit zu springen, gegen die Warte zu fallen und mich aufregen zu müssen. Mittig, über Kuppe, 40, 3 links, über Kuppe, extra lang, 50. Das ist doch keine 3 links, okay, jetzt. In mittig halten, übersprungen, 30. Langsam, 6 rechts, über Kuppe, in 1 links. In 2 rechts, lang, macht zu. Rechtsabzweig, über Kuppe, in links, 1, macht zu. 60, voll rechts, über Kuppe, 30. Nein, oh Gott, oh Gott. Du hast Panik, kurz, hat Bremse einfach mal nicht lang gemacht. Links halten, über Kuppe, Achtung, 30, 5 rechts lang, macht zu, 3, über Kuppe, 60, über Brücke eng, 4 rechts. In 5 links, über Kuppe, sehr lang, macht zu, macht auf, in 6 rechts, über Kuppe. Boah, was ist das für eine Fünferkurve? Holy shit! 30, 5 links, 30, 5 rechts, macht zu, 3, lang. Oh Lord, das darf ja gar nichts mehr. In 4 links, über Kuppe, 30, 4 rechts lang, über Kuppe, in 5 links, durch Senke und Sprung. 30, über Wellen, auf Kuppe lang, 30, 5 links, in 5 rechts lang, macht zu, in 5 links, über Kuppe, in 5 rechts, und voll lang, 60, voll übersprung, maybe, 100, rechts, Abzweig, Asphalt. Okay, er hat mich wieder gefangen. 30, 5 links, über Kuppe, in 4 rechts, macht auf, über Kuppe, in 3 links, macht zu, 2, in 2 rechts lang, in 2 rechts lang, in 3 links lang, über Kuppe, in 3 links lang, über Kuppe, in 4 rechts lang, in 6 links, macht auf, übersprung, maybe, Verzerr, äh, verzerrt, genau, verstärkt. 30, 5 links, extra lang, über Kuppe, in 4 rechts, 30, 5 links, extra lang, über Kuppe, in 4 rechts lang, in 3 links, ins 5 links, extra lang, über Kuppe, in 4 rechts lang, auf, übersprung, 2 rechts lang, über Kuppe, in 4 rechts lang, macht zu, auf, übersprung, fk. Hätte cool werden können. in drei links lang macht zu 36 rechts übersprungen 50 6 rechts lang macht zu 5 in 4 links über kuppe macht zu in 5 rechts 80 mittig über kuppe asphalt nein 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 ich hast australien kasse ich bin nix ich bin niemals dahint liegen noch sein will ein eh alles töten 80 doch kein krasser abzweig das ist ein nettischer 30 4 rechts lang macht zu links über kuppe ich mach zu das ist halt so links nach zu der brücke 80 schotter drei rechts lang macht auf in mittig halten man diese eine quers mit dem gatter mega dumm aber ich hätte ehrlich gedacht wir hätten jetzt total schaden 30 über wellen 4 links über kuppe in 5 rechts in 5 links über kuppe 6 rechts was passiert hier ich mag ausreichend ich bin ich bin froh wenn man ein bisschen rückstand wir haben 50 tor und 5 rechts über kuppe lang 30 kuppe 30 mittig halten über kuppe 50 6 links auch nicht mehr sogar wie ich will irgendwas ist ja kaputt und hat überhaupt keine lust mehr zu fahren 50 kuppe und 5 rechts lang macht auf über kuppe 150 gut gemacht ich hoffe die reifen sind in ordnung auch ich hasse australien es gibt gründe dass ich die ich weiß es nicht ich bin einfach kein fällen von australien schwer chor schaden beschädigt auspuff und hohe motortemperatur das geht ja noch dachte eigentlich irgendwas mit der rad geometrie hätte nicht so lust auf uns aber mensch das das geht ja noch aber leute ich kann euch garantieren Jetzt kommt eine gute Stage Denn die ist nur 5 Kilometer lang Ich hoffe, ich kann mich Ich glaube, ihr habt langsam gemerkt Ich bin wirklich zu 0,0% Australien-Fan Ich hoffe, ich kann mich jetzt beruhigen Bei dieser kurzen Power-Stage, nenne ich es mal Bis es dann aufgeht Nach der Stage sind wir dann schon auf der letzten Stage Die aber wieder 12 Kilometer geht Oh, wir werden wieder insid reingeworfen 3 rechts lang, mach zu 2 Überkuppe in 1 links, macht auf, viel Glück Machen wir 3,20 glatt Leute, mit Ansage 5, 4, 3, 2, 1, los 60, 3 rechts, mach zu 2 rechts In 1 links Wow, 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 haben wir einen platt Macht auf In 2 rechts, macht auf, überkuppe Wir meinen Platten, Leute Schöne Felge In 6 links, in voll mittig, überkuppe 30, 5 links, überkuppe 30, senke in 5 rechts, extra lang, mach zu 4, überkuppe Macht auf, in voll rechts, überkuppe Unser platten, oh nein Warum haben wir den letzten Platten auf der Stage In 6 links, in 5 rechts Warum haben wir denn auch nicht, hasse Australien Aufkuppe in 4 links lang, macht zu 3 Macht auf überkuppe 30, 5 links, in voll rechts, übersprung, maybe 30, aber hey, wir haben noch nicht Rechts in 5 links lang, macht auf, überkuppe In 4 rechts lang, macht zu, überkuppe Oh, no Wow In 3 links lang, überkuppe In 3 rechts lang, macht auf 40 Das ist ein Witz Das ist echt ein Witz Warum haben wir denn jetzt Wir hätten vom Start hinweg einen Platten Letzten Slash war noch alles gut mit den Reifen 6 rechts lang, aufkuppe In don't cut Oh, ich hasse Australien In 3 rechts In Achtung, 5 links, überkuppe Zum Glück ist das nur eine Alter, das lässt sich überhaupt nicht mehr fahren Mit dem Reifen Zum Glück ist das nur eine 5km Stage Das wäre hier, ist halt irgendwie Hätte ich hier bei Wenn das jetzt am Anfang bei einer 12km-Tabde passiert Ich hätte aufgegeben Macht auf überkuppe 30 Das ist das Auto Das, ey 5 links lang Macht zu Ist auch noch hinten rechts Oh, schlimmer kann es uns nicht treffen Schick nehmen wir jetzt mit Ist ja jetzt unser Schild Haben wir ja umgefahren 4 rechts Macht zu In 3 links Übrigens, das klappt Der Relief nicht Relief könnte nicht einfach Schilder umfahren Und ich bin eben Die gehört euch immer noch nicht Habe ich zwei Mal versuchen Zweimal ging es nicht gut aus Scheiße Das Auto Es lässt sich nicht mehr steuern In Florens macht zu durchgatter eng Macht auf überkuppe Das macht Das macht Das macht Absolut keinen Sinn Absolut keinen Sinn Das ist Das ist Ne Boah Das hat absolut Keinen Sinn gemacht Mann ey Das Alter Da krieg ich ja fast schon Kopfschmerzen von Aber hey War das mein allererster Ragequitsch Meiner glorreichen YouTube Karriere Ich glaube es schon Oh no Ich will gleich mir die Augen aufmachen Und ich dann oben rechts sehe Dass da irgendwas rot ist Und da steht aufgegeben Egal Das letzte Land Es wird super Es wird eine Asphaltetappe Es wird Spanien Es wird super Oh Wir haben zwar Zwei große Stages Aber dazwischen Zwei kleine Und zum Schluss Nö mal ein schöner Fünf Kilometer Schöner Abschiedsgasstoß Ach Leute Ja Mensch Das war ja ein Hit Da waren wir ja alle dabei Leute Das hat Bock gemacht Toll Wenn es euch gefallen hat Ach Leute Ich bin mal raus Hau rein Bye bye Great time Bye Have a great time